Trägerin des Kristalls Höre Heidelings Ruf Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu ballen. Du musst sie finden. Durch deine Taten offenbaren sie sich schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Geh nun, mein Kind, und lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Ja, und damit herzlich willkommen, ihr Sepplinge, zu einer neuen Folge Final Fantasy XIV. Oh, da ist wieder das kleine Morgren. Ja, das war gerade so ein bisschen wie eine Rückblende. Ganz an den Anfang unserer Geschichte. Der Äther ist dir wohl zu Kopf gestiegen. Du bist einfach umgekippt. Hm. Und wen haben wir hier? Ein Ixal. Kommt der denn hier hin? Den Übeltäter. Das war kein gewöhnlicher Ixal, sondern ein Häuptling. Er hat sich ganz schön weit vorgewagt. Vielleicht wurde er dazu gezwungen. Hier ist Papa Limo. Wie fühlst du dich? Besser? Ein Ixal-Häuptling. Ja, wir werden Esumian umherfahren. Ein großer Kristall? Siehst du vielleicht auch Sterne? Aha. Nimm uns ruhig nicht für voll. Verstanden. Ich melde mich wieder. Ah, der Kuplokop ist so süß. Ja, das ist auch mittlerweile alles neu. Schon über längere Zeit, das was mit Sprachausgabe ist. Früher musste man das alles noch selber lesen. Ah, irgendwas ist noch. Ach ja, das Schwert könnte wichtige Hinweise liefern. Bring es zum Klageregiment am Stubben. Alles klar. Halt mal. Glaubst du, die Abenteurerin konnte Kuplokop sehen? Na, das fällt dir ja früh auf. Ich hatte zumindest den Eindruck. Auch wenn ich es nicht beweisen kann. Du hattest den Eindruck? Na, darauf ist der bekanntlich Verlass. Was, Papa Limo? Wie du meinst, Ida. Ida war ihr Name. Genau. Das kann ich mir wahrscheinlich sowieso wieder nicht merken, wie ich mich kenne. Ja, da müssen wir uns jetzt das Schwert krallen. Und zurück zum Stubben. Zurück zu Galfried. So. Schon fast das von Artus hier. Wie wir das Schwert aus dem, naja, aus dem Stein war es nicht. Wir haben das Schwert nicht aus dem Stein gezogen. Wir haben das Schwert aus dem Baumstamm gezogen. Oh, hier so krass mit dem Wasserfall. Ich könnte mich an solchen Sachen so stundenlang, könnte ich das bewundern und mir angucken. Ich finde das so schön gemacht. So, genau. Da müssen wir hin. Hier unten bei Gutswieselgrund ist auch ein riesengroßer Ätherit. Den sehen wir hier unten. Da müssen wir aber noch nicht hin. Wir müssen erst mal... Huch. Ja. Da ist ein... Ein Gärtner ist da unterwegs und klopft auf dem Holz rum, auf dem Baumstamm. Baum, wollte ich eigentlich sagen. Oh Gott, ich schon wieder. Velvet, du bist ja zurück. Einer unserer Leute hat Kampfgeräusche gehört, aber war zu weit... War aber zu weit weg, um einzugreifen. Ist alles in Ordnung? Scheint so. Hoffentlich konntest du am morglichen Stuppen etwas herausfinden. Dann geben wir ihm mal das Schwert und gucken, was er dazu zu sagen hat. Dieses Schwert steckte drin und ein toter Ixal lag daneben. Hm. Ähm. Sei beruhigt. Die beiden sind auf unserer Seite. Zeit zweiweise von weit her, die das Klageregiment und Nofikas Schar schon lange vor der Katastrophe unterstützt haben. Ihre Gewänder und Gespräche sind vielleicht etwas eigentümlich, aber sonst ist nichts von ihnen zu befürchten. Über die verdächtigen Personen haben wir zwar nichts erfahren, aber dafür umso mehr über die Ixal. Wie dem auch sei, vielen Dank, Velvet. Wir können uns glücklich schätzen, eine so fähige Mitstreiterin wie dich an unserer Seite zu haben. Ah. Nicht doch hier, ich werd ja gleich ganz rot. So, eine weitere Aufgabe abgeschlossen. Hauptmann Galfried sucht Unterstützung bei der Ausbildung neuer Rekruten am Stubben. Velvet, wärst du so freundlich, mir bei einer kleinen Aufgabe zu helfen? Lass es mich erklären. Der Fluss hier in der Nähe ist das Territorium einer ganzen Reihe von Schwarzmolchen. Ich habe einige Rekruten losgeschickt, um die Bestien zu erschlagen, aber sie kamen ängstlich und zitternd zurück und stammelten etwas davon, dass solch abscheuliche Dämonen ihre Fähigkeiten übersteigen. Bedauerlich. Meine Urgroßmutter würde es mit auf dem Rücken gebundenen Krückstock mit einer Molch aufnehmen. Ich möchte, dass du diesen winselnden Milchgesichtern zeigst, wie es gemacht wird. Begib dich zum Fluss und erledige vier dieser Kreaturen. Ja, machen wir das so direkt mal. Da hinten in der Richtung sind die. Ja, sprinten wir da mal hin. Ich habe eben schon gesehen, wir bekommen dafür eine neue Waffe. Haha, neue Waffen sind immer gut. So. Aha, Stechmücken. Riesenstechmücken. Ja, und das hier sind die Molche. Ja, gut, die Molche sind natürlich auch ein bisschen größer, als man normale Molche so in unserer Welt kennt. Ah, ich habe gepasst, ich habe gepasst, ich habe... Aua. Trotzdem. Trotzdem machen wir das auch mit auf dem Rücken gebundenen Krückstock. So, den haben wir schon mal, Nummer 1. Vier Stück brauchen wir noch in den schwarzen Molchen. Eigentlich kann ich hier noch wieder unseren... unseren Skill aktivieren, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Dass wir mehr Schaden machen. So. Solange wie der nichts macht, können wir eigentlich auch mal stehen bleiben. Wow. Ja, ähm, klettern wir einfach mal im Kampf den, äh, den Baum hoch. Das macht ja auch mal Spaß, ne? Also, solange der Molche in Bewegung ist, würde ich empfehlen, auch in Bewegung zu bleiben. Weil ansonsten ist der halt ganz schnell an einem dran. Aber solange der hier dann seinen, seinen Flächenbereich castet, also auflädt, dann können wir auch mal stehen bleiben und uns das ein bisschen in Ruhe angucken. So. Und das ist der letzte schwarzen Molch auf unserer Liste. Vier Stück brauchen wir, das ist Nummer vier schon. So. Der macht jetzt gerade wieder Pause. So, Giftpfeil rein, dass er auch über Zeit Schaden bekommt. So. Ja, und wer von den auszubildenden Praktikanten da hat das jetzt gesehen? Wieder mal niemand. Keiner hat uns zugeguckt, keiner hat gesehen, wie wir hier heldenhaft uns gegen die Molche durchgesetzt haben. Also, ehrlich. So. Willkommen zurück, Velvet. Du hast dich vortrefflich geschlagen. Ich habe meine Rekruten vom Ufer aus zusehen lassen, wie du die Molche entsorgt hast. Es scheint, als wären sie von deinen Kampfkünsten beeindruckt gewesen. Oder zumindest möchten sie sich nicht von einer Abenteurerin die Schau stehlen lassen. Wie dem auch sei, sie haben sich mit neuem Eifer in ihre Ausbildung gestürzt. Das habe ich allein dir zu verdanken. Ach. So, hier gibt es jetzt den Bronzesperr für den Pikini. Den Bogen für uns. Und den Ahornzeig für den Druiden. Oder eben allergische Bronzestücke. Wir nehmen natürlich den Bogen. Denn dann machen wir mehr Schaden. Und mehr Schaden ist immer gut. So, Steuerung I. Aber den können wir noch nicht nutzen. Er ist ab Stufe 8. Wir sind ja erst 6. Hauptmann Galfried, der die Ausbildung am Stuppen leitet, sucht jemanden, der Stechmückeneierbeutel besorgen kann. Kannst du uns noch einmal helfen? Wir brauchen dringend Stechmückeneierbeutel für die Erforschung einer Krankheit. Bei dem Versuch, sie zu besorgen, wurden leider einige Rekruten schwer verletzt. Hier in der Nähe schwirren genügend Stechmücken umher. Kannst du 8 erlegen und ihnen ihre Eierbeutel entnehmen? Das ist doch sicher ein Kinderspiel für dich. Bring die Eierbeutel dann zu Gilberts Wachtturm und liefere sie dort bei Monranguin ab. Er kümmert sich um die Beschaffung der Forschungsobjekte. Ja, die Stechmücken, die waren eben schon da, wo wir gegen die Molche gekämpft haben, am Ufer. Das heißt, da rennen wir nochmal hin. So, hier, da sind wir noch ganz flott. Ja, momentan fluckt das hier mit den Storyquests. Ich weiß gar nicht mehr, ob das der Storyquest gehörte, dass man das Luftschiff freigeschaltet hat für andere Gebiete. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, das ist jetzt auch keine Sache gewesen, die jetzt so super duper interessant für euch wäre. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich kann nicht mehr sagen, ob das zur Storyquest gehörte. Denn wenn ich das freischalten kann, dann würde ich nämlich schon mal so ein bisschen anfangen, den Druinen zu leveln. Hatte ich euch ja erzählt, dass ich das gerne machen möchte. Damit ich dann zu gegebener Zeit das Einhorn als Reittier freischalten kann. Ich kann zwar noch nicht reiten, ich muss erst noch... Oh Gott, was musste ich denn noch machen? Ich glaube, am Level 20 ging das. Das kam auf jeden Fall auch irgendwann in der Storyquest, kam das automatisch. Oh! Ein Level up! Level 7. Okay, das heißt, jetzt haben wir noch ein Level, was fehlt, bis wir den neuen Bogen tragen können. Und dann auch mehr Schaden machen. So, aber es ist natürlich ganz klar, jedes Level up, was wir hier bekommen, erhöht auch so unseren Schaden und die Werte. Und dann sind wir immer etwas stärker. Und kommen schneller voran. Momentan geht es ja sowieso noch recht flott, da wir die Moggery-Kappen noch nutzen können. Ab Level 10 fällt dann der Level-Bonus weg. Da geht das alles ein bisschen langsamer. So. Das hier müsste jetzt die letzte sein, die wir brauchen von den Stechmücken. Ah. Zack. So, und? Jawohl, haben wir. Gegenstände hoher Qualität. Ah, ja, da war ja was. Da war ja was. Genau, die hatten dann hier diese... Ach, sehen wir gar nicht. Oh, ein Fade-Bereich. Diese Bereiche, diese blauen Kreise auf der Map, das sind die sogenannten Fade-Bereiche, wo dann spezielle Gegner so lila markiert sind. Hier sind es jetzt die magischen Fungi. Und, ähm, wenn man daran teilnimmt, ihr seht, das sind jetzt 15 Minuten, bis das Fade aufhört. Und man hat, je nachdem, hat man andere Aufgaben. Hier müsste man jetzt einfach nur diese Fungi umhauen, um den Fortschritt zu füllen, diese Leiste hier. Und je nachdem, wie man sich in diesem Fade verdient gemacht hat, bekommt man Bronze, Silber oder Gold als Medaille und entsprechend viele Erfahrungspunkte, entsprechend viel Routine, wenn man fertig ist. So, hier ist der Monranguin. Hallo, du bist sicher die Abenteurerin, die uns bei der Jagd nach Stechmücken unterstützt. Ich hab dich schon erwartet. Wie viele Leute mich immer kennen. Oh, und wie es aussieht, warst du auch schon richtig fleißig. Vielen Dank. Jetzt müssen die Stechmücken-Eierbeutel nur noch zur Jägergilde gebracht werden. Einige Stechmücken übertragen die gefährliche Kettenseuche, musst du wissen. Und die Bruderschaft der Morgenweber und das Klageregiment helfen uns dabei, die Überträger zu identifizieren. Früher starben Huran, die an der Kettenseuche erkrankten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Anst tobte sie in Gridania so stark, dass die Huran beinahe ausgestorben wären. Doch mittlerweile gibt es zum Glück ein wirkungsvolles Gegenmittel, das die Auswirkungen abschwächt. Trotzdem müssen wir auf der Hut sein und neue Epidemien bereits im Keim ersticken. Also vielen Dank für deine Hilfe. Alles weitere erledigt die Jägergilde. Müssen wir da vielleicht eh nochmal hin? Hier geht es auf jeden Fall weiter. Monrangoin bei Gilberts Wachturm möchte, dass du Messeausrüstung... Nicht Messeausrüstung, Messeausrüstung zurückholst, die ein aufgeschreckter Rekrut in einer Höhle zurückgelassen hat. Oh oh. Ah, ich muss das abbrechen. Du blöder Pilz. Ich war gerade in der Aufgabe. Was fällt dir ein? Oh, der hat ein Schwarzmagier-Outfit an. Hier scheint gerade noch jemand das Fade machen zu wollen. Oh, es wird wieder Tag. Na, endlich. Wir könnten ja rein theoretisch mal gerade ein bisschen mit draufhauen. Da bekommen wir nämlich, wie gesagt, noch Erfahrungspunkte. Die, die lila markiert sind, da haben wir nicht den meisten Schaden drauf gemacht. Die, die rot markiert sind. Das sind quasi unsere, die für uns zählen. Da gibt es dann auch zum Leveln, gibt es da richtige Fade-Gruppen. Ähm, wo man mit ganz vielen Leuten dann gegen die Viecher kämpft. So. Ja, für Silber oder sowas sollte das schon reichen. Machen wir hier mal weiter. Das machen die schon. Das sind ja starke Männer. So. Also. Die Messausrüstung. Jetzt habe ich schon wieder weggeklickt. Ah, haha. Nein, jetzt habe ich den Auftrag angenommen. Ich dachte, wenn ich... Oh. Sorry. Das gibt es doch nicht. Ich hier mal wieder. Habe ich es versaut. Kann ich das hier irgendwie nochmal anwählen? So. Man hat dir gesagt, wo du Gildenmeisterin Lucian findest. Geh nach hinten und sprich mit ihr. Das ist das Falsche. Das sind die Messgeräte. Äh. Äh. Nicht die Viecher. Die gab es ja auch noch. Lassen wir schön das Questlock vor. Dann sehen wir sie nicht, ne? Boah, die sind echt widerlich. Die sind echt widerlich. So. So. Wir sollen die Messtabelle, eine Messleine und zwei Messgerätekisten aus der Höhle besorgen. Oh, haha. Geh weg. Geh weg, Jason. Guckt euch das mal an. Ist das nicht widerlich? Oh. Tja. Leider müssen wir nicht in die Höhle des Löwen. Sondern in die Höhle der Jasons. Und die sind wirklich nicht lecker. Nein. 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 Ich will ihn gar nicht so nah an mir haben. Ich will nicht hängen bleiben. Geh weg. Geh weg, du widerliches Ding. Bäh. Oh, cool. Haha. Sehr gut. Der hat die gerade alle an sich dran kleben. Das heißt, wir können hier jetzt in Ruhe die Sachen einsammeln. Hier ist die Messgerätekiste. Hier ist die Messleine. Ah. Das ist so eklig. Pfui. So, und hier sind wir auch schon wieder in einem Fade-Bereich. Da. Die gehören jetzt hier dazu in dem Fall. Können wir auch mal anschießen? Dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon... Äh... Boah, die sind ein bisschen stark. Boah, dem mache ich ja kaum Schaden. Da ist noch einer. Oh, da kommt wieder so ein Vieh. Lass mich in Ruhe. Boah. Der hält ja ewig viel aus. Das wäre cool, wenn uns... Ja, die macht auch noch mit, die Niki. Und schon hat sich so eine Gruppe gefunden. Es ist jetzt hier, in dem Fall ist es nur ein Gegner. Ihr seht, so wie hier das Leben abnimmt, nimmt hier der Fortschrittsbalken zu. So funktioniert das hier in den Fades. Und dann würde ich sagen, bringen wir die Sachen noch zurück. Diese Messgeräte, Zeugsel, Sachen. Die haben wir ja nicht umsonst geholt. Und dann haben wir ja schon wieder recht viel heute geschafft, ne? Na? Haben wir gleich. Ich weiß gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte das bringt. Aber es sollte auf jeden Fall recht ordentlich bringen. So, und... Gold haben wir geschafft. Es gibt 1080 Routine und 14 Kill. Ja, das ist nämlich wirklich sehr, sehr angenehm. Oh nein, uns fehlt noch was. Oh nein. Was fehlt uns denn noch? Die Messtabelle. Fehlt uns noch. Och nö. Nein. Augen zumachen und hoffen. Nein, das klappt nicht. Oh Gott, ich will euch nicht alle... Oh nein, so viele, so viele. Oh nein, iiiiih. Oh, die sind so ekelhaft. Oh, ich muss jetzt ganz tapfer sein. Ich habe drei von diesen Viechern an mir dran kleben. Ne, echt würde ich sterben. So, noch ein letztes Mal Gift drauf. Jetzt haben wir schon mal einen weg. So. Gift Pfeil aktivieren. So. Das eine noch, der Rest sollte reichen. So, jetzt haben wir noch einen. Komm. Wir sind doch ein tapferer Abenteurer. Abenteurer, ja. Aber ob wir so tapfer sind... Ähm. Das wage ich so ein wenig zu bezweifeln. So. Äh. Platt. Sonja ist ganz schnell... ...an den Viechern vorbei. Ich habe gerade keine Lust mehr, gegen die zu kämpfen. Ich möchte hier einfach nur raus. Raus und die Sachen zurückbringen. Ihr habt eh keine Chance gegen mich. Also, lasst mal hier gut sein. So. Grün zehren. Hier mussten wir jetzt ins Haus rein, ne? So. Ja, genau. Pauline. Sei gegrüßt. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Dann übergeben wir ihr jetzt die Teile hier. Oh, das ist doch die Ausrüstung, die ich den Soldaten am Sturben überlassen habe. Beim ersten Anzeichen von Gefahr geflohen, sagst du? Verstehe. Nun, noch ist nicht alles verloren. Es scheint, als hätte der Rekrut seine Messaufgabe abgeschlossen. Die Tabelle ist ziemlich ausführlich. Bei all den Veränderungen, die die Katastrophe mit sich gebracht hat, hielt ich es für eine gute Idee, die Bruderschaft der Morgenweeper mit einer Reihe von Exkursionen zu beauftragen, um das Land neu zu vermessen. Glücklicherweise sahen die Offiziere diese Aufgabe als ausgezeichnete Methode an, um unerfahrene Soldaten zu trainieren. Wir können uns nicht mehr auf unser vorhandenes Wissen über den Wald der Einkehr verlassen. Wenn wir diese stürmischen Zeiten überstehen wollen, müssen wir unsere Umgebung besser verstehen. Bleib wachsam, Abenteurerin! Und wir bekommen eine Hose! Und sind Level 8. Das heißt, wir können jetzt auch unseren Bogen tragen. Das ist doch cool, warte mal. Oh, und eine Verbesserung. Der gewaltige Schuss. So. Die Hose legen wir an. Sehen wir jetzt gerade noch gar nicht so viel von. Und der Bogen. Jetzt haben wir so einen richtig großen, langen Bogen. So, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, das war es dann mit der heutigen Folge, die sehr, sehr lang war. 25 Minuten. Meine Güte. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. Und gucken mal, wie es weitergeht mit der Geschichte. Also, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!